Logisch gedacht, war klar, dass es abgesagt wird oder verschoben wird. Wie sieht unser Team dann aus? Kann jeder das noch mal ein ganzes Jahr durchziehen? Für was trainieren wir gerade? Also manchmal sind es auch nur Nuancen, die die beiden auch komplett auf ein anderes Niveau hieben können. Zufrieden? Wann ist denn ein Trainer zufrieden? Machen wir dann die gleiche Kacke auch im Trainingslack? Immer!